Ich möchte jetzt zeigen, wie man den rechten Seitenrand auf 2 cm einstellen kann. Man geht hier auf Format Seite und schaut dann hier auf der rechten Seite. Hier wäre schon 2 eingestellt. Wenn ich es verändern wollte, könnte ich hier das Vergrößern, Verringern oder hier direkt ein Eintragen vornehmen. Man kann es hier belasten auf 2 cm.